Hei Gott! Das gehört hier alles dem Junker Wenzel von Tronka. Wenzel heißt der Junker? Ja, ist der alter Herr Tronka? Ja, ist er schon, äh... Schlagerteil. Schade. Nun, was bin ich schuldig? Ich nehme an den üblichen Grossen. Stopp! Was in einem Land, in welchem man sich in meinem Recht nicht schützen will, nicht bleibbar? Was? Ich habe hier eine Resolution erhalten, in welcher man mir mitteilt, dass meine Klage gegen den Junker Wenzel von Tronka eine nichtsnützige Stänkerei sei. Meine Großeltern hatten den Betrieb, der zuletzt in die LPG gezwungen wurde. Und nach der Wende haben meine Großeltern gesagt, das ist unsere Chance. Ich wollte ja schon immer Kinder haben. Und Ehrlichkeit ist mir ganz wichtig. Ich habe noch studiert. Da war ich schon im Kanzleramt tätig. Als Berater für Bildungsfragen im teuren Land zu unterwegs. Doch dann kam der Kosovo-Krieg und da hat mich alles nur noch angeflotzt. Wir sind ein Unternehmen, das alles richtig macht. Wir zahlen unseren Anständen sehr viel Geld. Nach fast 20 Jahren stand der Boden, auf dem unser Haus steht, zum Verkauf. Wir haben einen Kredit aufgenommen und konnten quasi das Geld Cash auf dem Tisch legen. Ich habe schon von der Lebsen geschaffen, meine Bauchkorn bei sich bekommen. Ey, 80 Leuten muss ich jeden Monat pünktlich den Not bezahlen und die ihm den Zuschlag dem rumänischen Sub unternehmen und sagen mir, na schauen Sie doch mal, Sie können sich doch wieder anbelangern. Das ist krass. Also, also ich habe nur Schwingen vorgegangen. Es hat einen Nicht-Landwirt zum 5-Wachen-Paketswert gekauft, in dessen Gründungsfragen sogar Immobilien-Spikulation verankert ist. Das Kind war ja nicht geklant. Das war ja so ein Unfall während der Trennung. Ja, ich habe dann gleich versucht, das Gemeinde hat eine Drogelektronik bekommen. Und als das abgelehnt wurde, bin ich zum Jugendamt gegangen und die haben gesagt, wenn das Kind so klein ist, da kann man nichts machen. Der, der Kastortransport, er wird gerade vom Zug auf den Lkw verladen. Was mir Kraft gibt, ist der Gedanke an die erfolgreichen Aktionen, die wir schon hatten. Wenige Minuten später sagt die Stimme des freien Radius, der Zug steht auf der Schienenstrecke, weil zwei Kletterer über den Gleisen an einem Seil hängen! Kai Gamer ist auf die Welt! Ich sehe keine Gewaltenteile, keine funktionierende Gewaltenteile. Ich lass mich nicht, keine weinen. Du hast keine Idee, noch zu all deines Nichts. Und du auch nicht so. Du, du, du! Er sei für die Sachen verantwortlich. Ich bin es, als du bist. Ich schätze nicht zu. Er ist zu feilen, er ist zu feilen, als du bist. Moment! Ich bin es, als du bist. Da fragen Sie mal, Herr Neier, in die 3.5. Dann müssen Sie mal zu meiner Kollegin in die 3.2. Die kennt sich da hinaus aus. Ach Gott, tut mir das leid. Gehen Sie doch mal bitte in die 7.3.5. Ping! Da bleiben Sie jetzt! Geben nicht im Büro, bis man mir eine Aufnahme findet. Bleiben Sie nicht! Bleiben Sie nicht! Bleiben Sie nicht! Bleiben Sie nicht! Das lief die surprise ist Arschlob! Das größte Unrecht kann ich bitte euch sagen, was mir vor kurzem widerfahren ist, dass ich so hundert Prozent sexivierbar bin! Das heißt, keine Miete mehr. Also Obdachlosigkeit. Du machst einfach nur weiter und weiter. Immer vorwärts. Dann stehst du für einen Moment und fällst einfach aus allem raus. Ich weiß, was recht ist und was nicht. Das muss mir jemand erklären. Das ist überhaupt nichts. Einfach nur gesunde Menschen verstanden. Das war... Aber es muss doch noch etwas anderes geben. Etwas Großes, etwas Schönes. Schönes. Aber es muss doch noch etwas anderes geben. Etwas Großes, etwas Schönes. Etwas Schönes. Wir müssen was tun. Wir müssen alle was tun. Wir müssen alle was tun. Könnt ihr nicht weiter vor euch hinfackeln, ja? Und auf den Sofa rumpfuchsen, der durch den Kahn, ja? Die Lände Farbe abfackelt. Aber nicht mehr mit mir hier aufsteigen, ja? Aber nicht mehr mit mir, ja? Aber nicht mehr mit mir. Wir müssen alle was tun. Und wenn alle mit Ihnen hinterlässt.